Hallo und herzlich willkommen hier auf TheBigGreek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Vom 11. bis 13. September findet das Champions Showdown Chess960, organisiert vom St. Louis Chess Club statt. Ich kommentiere die Partien an allen drei Tagen live auf meinem Kanal auf Twitch. Heute Abend, und damit lade ich euch wieder ein, kommentiere ich die drei letzten Runden ab 20 Uhr auf meinem Kanal auf Twitch. Kommt vorbei. Gestern habe ich kommentiert und ein Mann stach heraus, denn er spielte sensationell gut. Es war Levon Aronian, der Großmeister aus Armenien, absoluter Weltklasse-Spieler. Er gewann alle drei Partien und führt das Turnier an nach sechs Runden mit 400 Punkten. Der Weltmeister Magnus Carlsen liegt dahinter mit vier Punkten, genau wie Wesley So aus den USA und Teikaru Nakamura auch aus den USA. Alle drei vier Punkte, halben Punkte dahinter. Das heißt, Spannung ist vorprogrammiert für den letzten Tag. Und Carlsen und Aronian spielen sogar gegeneinander in der allerletzten Runde. So, für das heutige Video habe ich eine Partie ausgesucht von Levon Aronian natürlich. Seine Partie ging Peter Switler, den russischen Großmeister aus der fünften Runde. Wir sehen die Grundstellung. Chess 960 bedeutet, die Grundstellung wird zufällig ermittelt. Es gibt 960 unterschiedliche Kombinationen. In dieser Kombination hier seht ihr, der König steht auf D1. Eine der Regeln ist, dass der König zwischen den Türmen stehen muss, damit in beide Richtungen ruhiert werden kann. Es gelten die normalen Spielregeln, die man vom normalen Schachspiel kennt, nur halt, dass die Figuren auf der Grundreihe zufällig hingestellt werden. Hier sind die Läufer in den Ecken, die Springer auf der anderen Seite. Und in dieser Situation hier könnte Weiss sogar sofort ruhieren im ersten Zug, nämlich zur C-Linie. Man spricht im Chess 960 von C-Rochade und G-Rochade. Der König könnte so ruhieren in der Chess 960-Partie. Er würde das Feld mit dem Turm wechseln. In die andere Richtung ist es ein bisschen schwieriger, denn dafür müssten die Figuren verschwinden hier, also diese drei, damit der König nach G1 ruhieren kann, über den Turm hinweg. Ja, das heißt, wie beim normalen Schach muss die Grundreihe von den Figuren befreit sein. Außer den Türmen natürlich, weil mit denen ruhiert der König natürlich. So, was würdet ihr denn jetzt spielen im ersten Zug mit Weiss? Häufig, wenn die Läufer so stehen, dann bieten sich Züge an wie F4 und das zog Aronian hier mit Angriff auf den Bauern A7 direkt oder auch G3 oder G4. Das kam in den anderen Partien in der Runde auch vor. Warum bieten sich diese Züge an? Ganz einfach, weil die Läufer sofort freigemacht werden und sie sofort in die schwarze Stellung hineinwirken als langschrittige Figuren und gegnerische Bauern attackieren. Aronian entschloss sich zu F4. Switler zog Springer C6, damit deckt er den Bauern A7 und entwickelt einen Springer. Aronian spielt Springer C3, entwickelt einen Springer. F5. Der Zug ist logisch, weil Schwarz würde auch gerne einen Bauern im Zentrum haben. E5 ist aber... Ja, E5 hätte er auch spielen können. Das hätte man sich auch überleben können. Aber D5 zum Beispiel ist nicht möglich, weil der Springer den Bauern schlagen würde. F5 stattdessen. G3. G6. Wir sehen hier eine gewisse Symmetrie. Beide Seiten haben ihre Läufer, die Diagonalen für die Läufer geöffnet. Das passiert heute im Chess 960, wenn zufällige Stellungen am Anfang, bei zufälligen Stellungen am Anfang es möglich ist, die Wirkung der Läufer so schön zur Geltung zu bringen. Und hier entschloss sich aber Aronian zu einem sehr interessanten Zug, anstatt sich jetzt nochmal weiterzuentwickeln, zum Beispiel mit Springer B3 den Springer ins Spiel zu bringen. Oder Ruchade, die C-Ruchade. Gab er hier den Läufer. Läufer schlägt C6. Ein sehr interessanter Zug. Zwickler nahm mit dem D-Bauern wieder, das ist richtig. Mit dem B-Bauern könnte Weiß mit Springer B3 fortsetzen und würde schon Springer A5 drohen, mit der Idee Springer B7 Schach. Und der schwarze König würde sich hier so ein bisschen unwohl fühlen. Auch nach der Ruchade zum Beispiel, kämen solche Züge in Frage und plötzlich kann die Dame hier rein. Dame A6 Schach hier würde drohen. Sehr ungewöhnlich. Deswegen D schlägt C6, das ist auch deutlich besser. Hier hätte Aronian einfach die C-Ruchade ausführen sollen. Er zog aber D4, seine Idee. Das war halt die Idee von Läufer schlägt C6. Er wollte dieses Feld hier kontrollieren, das Feld E5. Und, dass der Bauer E7 rückständig wird. Also er wollte hier eine bessere Struktur haben. Auch durch die Hergabe des Läuferpaares. Diese Idee hat allerdings einen Haken. Beide Spieler übersahen jetzt hier einen starken Zug für Schwarz. Svittler rochierte jetzt in die Richtung. Verbannt die Türme. Hat jetzt hier die Türme verbunden. Und der Turm guckt natürlich auch in die Richtung des weißen Königs. Allerdings gab es hier einen sehr, sehr starken Zug. Und zwar E5. Und hier entsteht ein lustiges Stellungsbild. Die Pointe ist, wenn Weiß mit dem D-Bauer nimmt, was ein großer Fehler ist, dann folgt die C-Ruchade. Zum Damenflügel. Und wir sehen, der weiße König wird matt gesetzt. Nach sechs Zügen schon. Weiß kann nur den Springer oder den Läufer dazwischen stellen. Der Turm schlägt natürlich immer die weißen Leichtfiguren und setzt den weißen König matt. Aber sehr überraschend. Das ist die Pointe. Deswegen nach E5 hätte Weiß mit dem F-Bauer schlagen müssen. F schlägt E5. Läufer schlägt E5. Natürlich darf Weiß jetzt wieder nicht nehmen auf E5 wegen der Rochade. Und dann ist der weiße König matt. Stattdessen C-Ruchade. Und jetzt geht der Läufer wieder zurück. Und hier hat Schwarz seinen rückständigen Bauern aufgelöst. Hat das Läuferpaar. Die Stellung wird sich nach und nach öffnen. Ich denke, dass Schwarz hier sogar etwas besser steht. Also diese Idee beginnend mit Läufer schlägt C6. Ist interessant, aber letztendlich nicht vollwertig. D schlägt C6, D4. Aber Svitler verpasste seinen Moment, E5 zu spielen. Er spielte die C-Rochade. Jetzt spielte Euronian auch die C-Rochade. Ein lustiger Zug irgendwie. Man tauscht nur König und Turm. Und verbindet die Türm. Aber das ist halt Jazzman 60. Und hier sah sich Svitler veranlasst, das Spiel von Aronian in Frage zu stellen. Und spielte C5. Greift den D-Bauern an. Und möchte unbedingt die Diagonale des Läufers öffnen. Aronian nahm jetzt diesen Bauern weg. Völlig korrekt. Und lies jetzt zu, dass Schwarz auf C3 schlägt. Läufer schlägt C3, B schlägt C3. Das sieht auf den ersten Blick nicht besonders ästhetisch aus, wie Weiß hier aufgestellt ist. Mit diesem Triple-Bauern, sagt man dazu. Diesen Dreifachbauern. Kommt sehr selten vor, dass man einen Triple-Bauern hat. Und Doppelbauern sieht man dagegen häufiger. Aber der Triple-Bauer ist nicht so schlecht, wie er auf den ersten Blick, wie es auf den ersten Blick scheint. Zwitter setzte hier fort mit Dame F6. Greift den Bauern C3 an. Besser allerdings wäre es gewesen, wenn er einfach den A2 genommen hätte. Der Läufer schlägt A2. Damit stellt er das materielle Gleichgewicht wieder her. Auch wenn letztendlich Weiß hier mit dem Läufer auf D4 die schwarzen Felder sehr schön kontrolliert und eine einfache Idee hat, am Damenflügel mit König B2 und Springer B3 fortzusetzen. Der Computer, also Stockfish 12, gibt hier leicht einen Vorteil für Weiß an. Dame F6 allerdings. Natürlich König B2. Der König deckt den Bauern. Und hier spielte Zwittler etwas aggressiv mit A5 nach vorne. Das funktioniert aber nicht. Es ist auch nicht klar, was die Idee hier ist, ehrlich gesagt. Vielleicht sowas hier. Genau diese Idee verhindert Aronian, indem er A4 spielt. Einfach den Bauern vorschiebt. Dame C6. Zwittler ist so ein bisschen im Bestrafermodus. Er sagt sich, die weiße Idee kann nichts taugen und er greift den Bauern E4, A4 an. Zumal der weiße König hier auch ein bisschen offen steht. Aber der Schein trügt. Weiß steht hier besser. Springer B3. Starker Zug. Entwickelt den Springer. Greift den Bauern A5 an. Zwittler deckt diesen Bauern mit B6. Dame schlicht A4. Funktioniert leider nicht aus Zwittlers Sicht. Wegen Turm A1. Die Dame muss weg. Und dann kommt Turm schlicht A5. Und der weiße Turm ist extrem aktiv auf der A-Linie. Es droht hier auch eine Verdoppelung. Der Springer ist angegriffen auf A8. Den kann Schwarz zwar decken, zum Beispiel mit B6, aber Weiß bekommt definitiv einen schönen Angriff am Damenflügel. B6 deswegen hier. Und Moment. B6. Genau. Greift auch den Bauern an. Aber das ist nicht wirklich eine Drohung. Zumal hier der Läufer schon steht und den deckt. Der Springer deckt den auch. Weiß nutzt er jetzt die Chance. Nee, überlegt mal selbst. Doch, kommt, überlegt mal selbst. Was würdet ihr hier spielen als Weißer? Ich denke, für mich ist die Sache klar, was ich spielen würde. Ich stelle mir die Frage, welche Figur spielt noch nicht mit bei Weiß? Und wie kann ich sie aktivieren? Und dazu gibt es einen einfachen und gleichzeitig effizienten Weg. Weiß kann hier E4 spielen. Den Bauern vorschieben. Greift hier ihn an. Das ist aber sekundär. Wichtig ist, dass die Weiße Dame plötzlich droht, nach A6 zu gehen. Mit Schachgebot. Ja. Ja. Das ist ein starker Zug. Schwarz nahm jetzt hier auf C5. Auch, um dem Springer endlich ein Feld zu geben. Weil der Springer steht die ganze Zeit fürchterlich auf A8. Den hat Schwarz nicht einmal gezogen bisher. Und ja, aber das Ganze hat einen Nachteil. Weil jetzt kann Weiß einfach auf A5 schlagen. Den Bauern. Mit Angriff auf die Dame. Gardé, wie man früher gesagt hat. Muss man aber nicht sagen. Schon lange nicht. Dame B6. Mit Schach auf den König. Und Angriff auf den Springer. Der geht natürlich zurück. Springer B3. So, Vorsicht. Der Läufer fesselt hier den C-Bauern. Deswegen kann Schwarz den C-Bauern nicht vorziehen. Weil dann würde die Dame verloren gehen. Dame C6. Also, Schwarz geht mit der Dame nach C6 stattdessen. Greift die zwei Bauern an. Jetzt kommt Springer schlicht C5. Ein weiterer Bauer geht flöten bei Schwarz. Und Weiß hat jetzt schon zwei Bauern mehr. Der Springer ist gedeckt vom Läufer. Nicht vergessen. Springer B6. So, das sieht so ein bisschen aus, als ob Schwarz ein bisschen Gegenspiel bekommen würde. Mit Springer C4 Schach. Eventuell. Auch der Läufer hier deckt dieses Feld. Es funktioniert aber alles nicht. Dame A6 Schach. Jetzt kommt die weiße Dame ins Spiel. König B8. Und jetzt sehr schön. Weiß zieht jetzt hier König A1. Macht das Feld frei für den Turm. Damit dieser Turm über die B-Linie auch dem Angriff beiwohnt. Es ging weiter mit F schlicht E4. Turm B1. Aronian lässt sich nicht beirren. Hinzu kam, dass Aronian am zweiten Tag unglaublich schnell spielte. Also nicht einfach nur kreativ und stark. Sondern einfach auch extrem schnell. Turm D2. Greift hier diesen Bauern an. Auf C2. Das interessiert Aronian nicht. Er setzt seinen Angriff fort auf A5. Mit A5. Greift den Springer an. Der ist gefesselt. Dahinter steht der König. Der kann sowieso nicht wegziehen. Weil die Dame hier alles kontrolliert. Turm schlicht C2. Und jetzt Vorsicht. Schwarz droht plötzlich matt. Auf A2. Das hat der Aronian aber gesehen. Und spielte jetzt hier den stärksten Zug. Turm E2. Greift den Turm an. Und beendet jegliche Hoffnung, die es Hitler vielleicht noch hatte. Der russische Großmeister gab hier auf. Völlig zu Recht. Denn, ja, was soll er machen? Eine Variante wäre Turm schlicht E2. Dame schlicht E2. Und hier gewinnt Weiß den Springer hier auf B6. Der kann nicht ziehen. Der ist gefesselt. Der Läufer deckt den Springer. Der Springer kontrolliert das Feld. Auch ganz wichtig, damit die Dame hier kein Schach geben kann. Schwarz ist hier völlig machtlos. Er verliert einfach den Springer. Und die Partie ist vorbei. Ja, das war ein sehr, sehr schneller Sieg von Levon Aronian am zweiten Tag dieses Turniers. Chess. Ich vergesse mal den Namen des Turniers, ehrlich gesagt. Champions Showdown. Champions Showdown Chess 960. Aronian führt, wie gesagt, das Turnier jetzt an. Mit 400 Punkten noch sechs Partien. Drei Runden liegen noch vor uns. Heute Abend werde ich die kommentieren. Freue mich schon riesig drauf. Es ist ein sehr spannendes Event. Es sind sehr starke Spieler, die mitspielen. Garry Kasparov ist auch dabei. Der 13. Weltmeister der Schachgeschichte. Hat aber nur zwei Punkte gesammelt bisher. Aber immerhin hat er gewonnen gegen Alidesa Filusia. Das Generationenduell. Kasparov mit 57 Jahren. Alidesa Filusia gerade mal 17 Jahre alt. Ja, 40 Jahre Unterschied. Schon eine interessante Geschichte. Ich hoffe, ihr seid heute Abend dabei. Und schaut euch das Spektakel mit mir zusammen an. Und wie ich die Partien live kommentiere. Ich hoffe, diese Partie hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.